Also Arthur, die erste Frage lautet, was hat dich bewogen, dich beim Seminar anzumelden? Beim Thema Ernährung bin ich sehr weit und hat mich sehr weit gebracht. Und jetzt wollte ich mehr in die Tiefe gehen, also seelisch und so. Ja, meditieren, Selbstliebe. Was ist die Gemeinschaft, die Leute? Ja, auf jeden Fall die Gemeinschaft, die Leute, das Offene für alles, das kenne ich eigentlich nicht. Und das hat schon einen sehr bewegter. Ich glaube, für alle, die einfach unglücklich sind mit dem, wo sie jetzt sind und einfach weiterkommen wollen. Und sich befreien, ob es jetzt körperlich oder seelisch ist. Ja. Ja. Danke. Danke auch.